Ein Dessert aus Engelshaaren, das ist Kinefe und unser Kinefe-Meister Mustafa macht bei Schengül Olu an der Baklava ungefähr 200 Portionen pro Tag. Die Kinefe werden warm gemacht und dann mit richtig viel Butter übergossen, nusprig gebraten und dann kommt Sirup drauf, Eis und Pistazien. Es ist gar nicht so süß wie ihr denkt und einfach krass köstlich. Und folgt mir gern für mehr Berlin-Tipps.